eine Nebellochfläche, ihr wisst, das haben wir schon häufiger gemacht, Leim und das über die gesamte Fläche und innerhalb dieser Fläche, also das Nebelloch tiefer und dann da drüber gesetzt, werden Schollen kommen, mehrere große, verschiedene geformte Schollen aus Blackstone, ich tendiere aktuell am stärksten zu Blackstone und das halt über eine ganz große Fläche verteilt, das wird am Ende richtig geil aussehen, dieses grüne, leuchtende Nebelloch wird dann am Ende wie so A dann dazwischen so lang geführt und das wird sehr, sehr geil aussehen. Wenn wir jetzt erstmal die große Fläche abgetragen haben, werde ich als allererstes überall eine Leuchtquelle hinzufügen, also vermutlich irgendwas günstiges wie Fackeln, auf diese Fackeln Leimkarpet